Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also, gerne abchecken. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ManU gegen Liverpool. Freistoß ohne Elfmeter. Zwei Freistoße, 12er mit den Kollegen. Alles klar bei dir. Was geht ab, Leute? Wie immer, falls es euch gefällt, lasst mir ein Like, das gerne ab, oder? Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ihr seid dabei, seid hoffentlich täglich dabei. Und bleibt bis zum Schluss dran. Also, so sieht es aus. Schreibt immer in die Kommentare. Wer als nächstes antreten soll? Welche Spieler, Vereine, Länder, Nationalmannschaften? Länder, Nationalmannschaften? Genauer selbe, ne? Egal, schreibt es rein. Und dann schauen wir mal, ne? So sieht es aus. Chatten und schauen wir aus. Nice Design. Schwarz-Weiß, als die Schott-Kollower-Range. Blau und cool. Abchecken, Leute. Hier sind die Kassen-Troppe. Nice. L-E-D-D-A. Handy-Güllen am Start, Leute. Checkt es aus. Und gratis Autogrammkarte auch immer am Start. Also, abchecken, wenn ihr Lust habt, ja? Und dann würde ich sagen, ihr seid bereit. Wir starten rein, Leute. Let's go. Fell weggeflext. Okay. Set lag in Brax. Tobi Maguire, das gibt es auch immer, gell? So, wenn ich nehm... Ich werde Rush von dem mitzunehmen. Kannst ja auch so neilen. Alle aus Salah, ne? Kann ich alles von neilen? Alles, du kannst auch ne, oder? Wir können es auch echt machen. Kannst auch Van Dijk nehmen. Kannst auch Van Dijk nehmen. Van Dijk hat gar nicht so kackwertet. Das haben wir schon öfters festgestellt. Wir wollten auch immer mal Van Dijk gegen irgendwie Ramos oder so machen. Haben wir immer noch nicht. Kannst auch noch Giorgio Osmani, ne? Kannst auch auch Trent nehmen. Wen haben wir da noch? Ich würde schon Trent nehmen, musst du wissen. Aber ich würde ihn nehmen, Alter. Hat nicht schon... Boah, Verminus auch schon. Der hat 65 Freistusspräzision, Alter. Junge, Alter, wir haben es nicht checkt. Da musst du Trent nehmen. Äh, ja, Lars. Ne, ne, ne. Trent, okay, let's go, Leute. Let's go, let's go, Trent. Alexander Arnold nicht umsonst ne 95er Timo Bierkart bekommen, ne? Von daher, zähl mal die Dinger raus. Schönes Ding. Schönes... Uuuuh, Ding in, ey. War echt zu geil, ey. War echt noch Salah gewöhnt, ey. Der war stark, ey. Der ist noch ans Latenkreuz geballert, Alter. Und dann da hinten gegen den Start. Das hat noch schönes Ding. Boah, Junge, Alter. Der ist noch... Ey, richtig, Alter. Klopp denkt sich so, du schießt das Ding noch besser. Was ist los mit dir, ey? Gibt es Dinge, ja, hier. Komm, hin. Lass drei Freistöße machen, weil mir ist gerade eben auch... Was macht Firmino? Mir ist gerade eben aufgefallen, ich hab ihm mal jetzt gerade so seinen Dings empfohlen, hier, ne, den Trent. Und dann ist mir aufgefallen, geh doch hin, dann ist mir aufgefallen, dass Trent nur 55 Elfmeter hat. Das ist schon ziemlich kacke. Und ich hab ihm den ganzen extra gefohlen, weil ich gedacht, da hat der Spieler mit 55 Elfmeter. Aber wir machen nur einen Elfmeter. Wir machen ja so einen 2-Mann nur einen Elfmeter. Richtigen Hund. Richtiger Pisser. Na, ist mir interessant. Das Papa jetzt kein Rot bekommen, ist er sozusagen zu... Ist mir wirklich erst beim Schuss aufgefallen, oder wo er sich entschieden hatte, dass er den neben... Ich hab hier 16 verpasst, und was? Ich erzähl doch gar nicht. Was hast du für ein Trikot an? Sagt die. Ja, Menü-Trikot. In welchen Farbe? Oh, du. Das ist Rot. Ich weiß nicht, okay. Stau, was verpiss dich, ey. Trent Alexander hat immer seine Stutzen so komisch, Alter. Okay, ich mach's nochmal so wie gerade, oder was? Oh, Topspin, Alter. Was sagst du? Topspin, ist ein saftiges Ding, Alter. Wie kann der Trent? Trent kann alles, Alter. Trent kann alles! Ich hab doch gesagt mal, Topspin, wer drin gewesen ist. Junge, was ist denn das, Alter? Wie geht der unter? Einmal Pfosten, einmal Latte. Boah, was ist das für ein Jump gewesen von Lingard, Alter? Okay, machen wir meinen jetzt mal hier. Let's go, let's go. Mit Raji Rushford. Und du weißt Bescheid, was Raji Rushford heißt. Oh, Topspin heißt das. Oh, du kriegst, ey, jetzt musst du Geld runterkriegen. Darf er nicht, darf er nicht, darf er nicht, darf er nicht. Das war's ja nicht viel. Ehrenhaft, ehrenhaft. Ehrenlos, ist der Schiri, Alter. Es ist Mario Gomez. Aber du hast mich in einem anderen Video schon... Mario Gomez noch so lange. Du hast mich schon in einem anderen Video mit dem dreimal gefoult, Alter. Deswegen, der muss schon, eigentlich musst du schon längs rot haben. Normal. Den sehe ich jetzt nicht so. Auch wenn das eigentlich gar nichts ist, aber war schon was. Aber ehrlich zu sein, sehe ich das nicht so. Gut. Gar nicht. Das ist immer anderer Meinung. Kann passieren nichts. Okay. Ihr wisst es, ich habe einmal kranken Topspin rausgekommen mit Raji Rushford. Ich glaube, ich habe noch nie einen Topspin-Turm mit dem gemacht, aber... Baller mal so einen Typen da von der Polizei. Die stehen doch da, oder? Die bewegen sich so, als würde der stehen. Als ob der nicht mal so... Nein, die sitzen. Wie soll der sich so... Wie auf dem Stuhl. Wie soll der sich so hin und her bewegen? Die sitzen echt auch immer da auf so einem komischen Klappstuhl. Aber wie soll der sich so hin und her bewegen? Lass mich jetzt mal hier konzentrieren. Boah, der ist gut. What? Boah, der kam so mit Zug, Alter. Das sind fast abgeschossen. Ey, ich werde aufs Tor gegangen. Jetzt sind sie aufgestanden. Die stehen. Ja, jetzt sind die, glaube ich, aufgestanden. Nein, die stehen da. Das ist irgendwie ein Bug oder so. Kann sein, halbseitig. Ich zeige dir nicht mal den Freistoß. Aber habt ihr jetzt gesehen, was Rushford da wieder für ein... Rushford. Rushford. Was der wieder für ein... Ah, die Bande ist so hoch. Ja, was der für eine Effee und Spinner drin hat. Mach du einfach. Dritter, letzter, ne? Letcht, ne? Letcht, da komm mal hier. Hast gerade rot bekommen. Mach mal eine schöne rote Karte. Ey, hast du gesehen, wie weit der sich abgerollt hat, Junge? Das ist dreimal, dreimal, dreimal noch die Rolle gemacht. Scheiße, Augeelbbrot, ey. Ja, Tom McGuire vom Platz. Er kann eh nix, ey. Scheiße. Der McGuire macht den Simon-Unge. Schön alle Haare auch. Kennt der Nächste. Kurz. Bessle Haare wieder atmen lassen. Mh, scht. Okay, dann schauen wir mal. Hat er atmen lassen. Wenn du abrasierst, ist es atmen. Na, Glatze. Boah, Glatze ist ja schtick halb. Okay, dann letzter Freistoß für dich. Danach hast du nur einen Elfmeter. Ja, aber gut, der wird jetzt wahrscheinlich mit 55 Elber. Obwohl, beim Elber ist eigentlich fast egal, wo Tops bin. Boah, was war das denn, Alter? Aber der könnte... Puh! Der war fast weg. Boah, Alter, was war das denn? Ey, wir hatten einmal... Es ging die Mauer und dann fahrt rein. Ja, weiß ich selber, was das war, aber... Du hast gefragt, was war das denn? Ich hab's die Beantwortung gesagt. Damit wollte ich nicht, dass du mir erklärst. Das war Hand, ne? Eigentlich Elber. Alter, ich will mal sehen, ob der... Ey, Junge, wenn der reingegangen wäre, ist das so geil, ne? Ah, jetzt sind die dumm, ey. Was macht der Kameramann, ey? Hier, pass, zieht er genau in dem Moment weg? Kann ich sein Ernst sein? Warum passt du nicht? Warum... Ja, du hast geköpft, du sollst mir... Du hast ihn noch raus. Ich war's eigentlich schon mal... Nicht so. Nicht so. Zieh durch. Boah, Alter, wie der hier drin hält, Alter, der Martial-Maschinen. Oh, guck mal jetzt, Manni, ach, scheiße. So, Alter, was war das für ein Scheiß? Manni, jetzt guck. Warte, warte, jetzt. Lass mich durch. Hallo? Was machst du, Alter? Ball abgezogen. Gib her, gib her. Kommt das Ding her. So, jetzt. Ich will nochmal auf die andere Seite. Alter, wie schnell ist der? Junge. Das war Dings, Händersen, ey. Yeah, what the fuck, Alter, Martial. Warum warst du so langsam gerade? Junge, hier sind wieder viel zu viele Leute von dir, Mann. Soll du mich da oben wieder abgrätschen mit Manni? Wir sind voll Idiot. Junge, kannst du mal aufhören jetzt? Mann. Hallo? Ja, ey, ey. Ja, jetzt, jetzt. Wie sollst du denn hier reinlaufen, Manni? Jetzt machst du das. Ja, grätsch. Hä? Ich dachte, du willst noch rein. Nein, ich will ein bisschen weiter, ey. Ja, auch arrogant. Rushfump muss... Der ist arrogant, Rushfump muss ein bisschen weiter weg sein. Wie sag ich das? Da kommt der besser zur Entfaltung. Obwohl, gerade ist er einfach komplett vorbei gegangen. Also, von daher. War dat auch nix, ey. Aber egal. Soll es kommen... Mann, egal. Mann, beschwert sich Van Dijk so, Alter. Roberts hat gefoult. Dem beschwert sich eiskalt. Komplett. Es sieht so komisch aus, dass die so klein sind da. Ja, sieht wirklich komisch aus. Die Bande sieht nämlich gar nicht hoch aus. Was streicht, Mann. Geht runter, ne? Das ist ein Graben. Das ist ein fetter Graben. Wohm auch immer. Lass mal Graben ausheben. Na, komm. Ja, aber zum Tor. Ist gut. Oh, Mann. Der war so schön wie der A-Rushfurt. Der kann so gellig Topspins an. Das ist wirklich so geil, mit Rushfurt zu schießen, ne? Ey, das macht so Bock. Ohne Witz. Mach mal mit Rushfurt die Topspins, ey. Warlich so ein Ben nicht da gewesen. Ja, den hätte er nicht gehabt, ey. Aber der kam auch wieder richtig mit Power. Das sind so geile Schüsse, die der raushaut. Ey, das ist wirklich geil. Ich schieße wirklich... Die ohne Scheiß... Da kann auch Ronaldo nix nicht mithalten. Ronaldo hat auch Barber Topspins. Aber da kann Ronaldo nicht mithalten. Die von Rushfurt sind... Ich hab bisher noch nie so geile Topspins gesehen, wie von dem Kollegen, ey. Ohne Scheiß, ich versuche nochmal dieselbe Pose, ungefähr. Ey, du hast eine mehr. Doch, drei. Ja? Ja, du hör, nochmal. Du hast einen gemacht. Äh, zwei. Ein, weil du übertreiben möchtest. Einer, weil du übertreiben möchtest. Aber gut, wir machen nur drei Freischüßes. Warte, warte, warte. Sehr positiv. Schiri. Alter. Meine Fresse jetzt. Ey, scheiße, ey. Warte, 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 warte. Wir sind gerade zu nervös. Kann das sein, dass wir gerade bis... Ja, mach mal, komm. Du hast zwar andere Pose, aber egal, ey. Okay. Hä? Steh auf! Boah, ich dachte, ey, der hätte jetzt nicht abgefüllt, ne? Okay, Leute. Das Ding ist, wie gesagt... Kann doch sein, dass beide auf dem Boden liegen und ineinander hängen. Das Ding ist halt wirklich, bei Rushfurt müssen sie ein bisschen weiter weg sein. Das ist schon wieder fast zu nah für Rushfurt. Mein Bein ist eingehaken bei dir. Kannst du mein Bein wiedergeben? Kannst du mir mal zurückgeben? Boah, du hast das jetzt in der Hand. Totes Mal hergeben. Ja, ich bin nicht so hoch, ey. Geht über die Latte. Der hat links drei, den musst du hier drauf achten. Ja. Eigentlich auf Alisson zielen, ey. Nein, der ist falsch. Nein! Ey, irgendwie, der war voll... Du musst eigentlich bei Rushfurt musst du auf Alisson zielen. Ach, Mann, Alter. Weil er hat die größten links drei... Ich hatte, der Strich war so halt schräg. Deswegen hat er den mit Strich... Deswegen hat er den mit Strich als Außenriss gezogen. Alter, scheiße, Mann, Alter. Ey, der eine war so schön, Mann. Komm, wir machen direkt mal in Elbe. Boah, starker Name, Martial. Man, direkt in Elbe, ey. Richtig bitterer Sache, Mann. Warte, 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 warte. Ich verpiss mich nachher aus. So, jetzt. Fette Sache. Wie kann man daneben grätschen? Ey. Juhl, der hat mich weggeblockt mit seiner massigen Körpermasse, Alter. Jetzt nochmal. Aber das ist Trend. Ist doch scheißegal. Ist doch Trend. Aber das ist doch Trend. Hä? War das nichts? Das war eine Kräfte. Frechheit, Alter. Schiri. Ja gut, das war jetzt auch nicht so wirklich. Warte, warte, so jetzt. Jetzt aber, Mann, du musst ja richtig Anlauf nehmen. Richtig wie so ein Pisser, aber Anlauf nehmen. Es gibt ein Freistellchen von da rein. Gezischt, Alter. Wenn der Rot gibt, ne. Wir müssen doch von außen Freistellchen schießen, Alter. Boah, Alter. Bei der Animation kann der Rot geben, ne. Aber bei Elva meistens nicht bei Elva. Ja, halt, na, wird klar. Ich hätt mal Bock von da so ein Freistellchen zu machen, also voll mit Tops, wie du die Mauer, ey. Warum zittert mein Controller? Ist doch gar nicht eine Entscheidung. Wiesen Zitter, Alter. Okay. Warte mal. Das wäre eine Entscheidung, ey. Also der Champions League-Finale. Hast du ein Tor gemacht? Ne, 0-0 steht's. Ja, obwohl dann ist der Scheiße, Alter. Komm. Nooo. Deshalb ist Alisson schlecht. Knappes Ding, Alter. Knappes Ding, ey. Was macht er da gerade? Wo ist die Polizei? Ja, jetzt war die Polizei weg, ne. Da steht die Polizei. Ja, das ist wirklich so. Der war nicht weg. Okay, nur einer. Der Arme, tut mir leid. Er war überrannt, ey. Der war komplett überrannt, ey. Er wurde komplett überrannt, ey. Okay. 1-0. Du musst jetzt dein Elfmeter treffen. Sonst, äh, Ease. Und dann? Hab ich gewonnen. Richtig. Geile Angelegenheit. Richtig schlimm, ey. Insgesamt, was haben wir? Ein fettensache. Okay. Insgesamt eine fette Sache. Bleib stehen, ey. Ich fett weg, Flex. Okay. Das könnte die Entscheidung werden, aber du hast nur 55 Elfmeter Präzision mit dem guten Trends. Alexandra Arne. Alexandra. Alexandra, alles klar, bei dir. Okay. Was geht, ey? Was geht ab? Alles klar, bei dir. Boah, ey. Ich sag nur so. Ich sag nur so. Wir können. Und trainigen. Rein und braun. Wo bist du? Und da. 55 Elfmeter, Alter. Boah. Abschluss hat der Gorgi auch nicht gut, ne. Das ist kritisch. Und Schienbein Stuner hängt auch am Arsch der Welt. Ja, ich bin einfach. Hä? Ich hab vergessen. Ich hab vergessen zu springen, Alter. Aber der Typ. Ich hab halt vergessen zu springen. Aber ich hab komplett nach rechts gesehen. Junge, ich hab voll vergessen zu springen. Mein Controller. Ey, du weißt nicht, wie mich das verwirrt hat. Er macht einfach nichts. Ich hab das beim Schuss, hab ich von ihm gemerkt. Scheiße, Alter. Und dann wurde er aber schon gehalten. Ey, geil, ey. Hä? Geil, ey. Der Controller hat hier die ganze Zeit, ey. Fette Sache. Leute, das war's. Ich gewinne also durch so eine zufällige Sache. Lasst gerne ein Like, das gerne ein Abo, wenn es euch gefallen hat, ja. Falls ihr nicht abonniert habt, kostet uns abonniere. Vlog aktiv. Tick ein, mach dir einen, mach dir einen, mach dir einen, mach dir einen, mach dir einen. Checkt mich an den Shop aus. Nice Designs. Schwarz-Weiß als T-Shirts Pullover. Ihr wisst Bescheid in Orange, in Blau, in Rot und in Grün in den vier Farben. Check's aus. Kissen, Kassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe am Start. Baba-Jubel. Handyhüllen, Orange, Blau, Rot, Grün. Genad Gomme ist früher mal gemacht, Alter. Und Gratis-Autogrammkarte gibt's noch dazu, also checkt's gerne aus. Das ist der Torero, Alter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönes Schluss. Hoffentlich wieder. Macht's gut. Allein und tschau.